Wie entwickeln sich Menschen wirklich weiter? Oder wenn nichts mehr geht, geht doch etwas. Die Frage ist, was dann geht. Und wenn es der Untergang ist, also wenn man es einfach nicht geschafft hat. Also das wäre jetzt ein Extremfall. Eine Frage, die sich immer wieder in der Tiefe stellt, also wenn du wirklich mal dich damit beschäftigst, ist tatsächlich, wie entwickeln sich Menschen wirklich weiter? Und es impliziert natürlich, dass wir uns gerne weiterentwickeln wollen, dass wir alle ein Streben, ein Wille haben danach. Aber die Frage ist, ob das Weiterentwickeln so geschieht oder ob es passiert oder ob es so vor allem sich vollzieht und geschieht, wie wir uns das vorgestellt haben. Also wie wir es anstreben, wie wir es eben uns bewusst gemacht haben und dann eben so wollen. Die Frage ist, geschieht das dann auch so, wie wir es wollen als Menschen oder geschieht es anders? Und ich sage mal gleich hier so vorab, in dieser Overtüre, es geschieht oft anders, als wir uns das vorgestellt haben. Es passiert etwas anderes. Irgendwas passiert immer. Irgendetwas entwickelt sich immer. Irgendetwas verändert sich tatsächlich erstaunlicherweise und glücklicherweise im Leben immer. Aber ob es dann so ist, wie wir angestrebt haben, das ist dann die große Frage. Und meistens ist das, wenn man es nüchtern betrachtet oder realistisch betrachtet, nicht der Fall. Es gibt ja so einen berühmten Satz, der mir gerade einfällt, der Mensch denkt, Gott lenkt. Kann man ganz klar sagen, kann man auch viele Nachweise dafür finden, dass es so ist. Das heißt, wir sind schon als Menschen daran orientiert, dass wir uns entwickeln, dass wir uns verändern, dass wir uns immer wieder entscheiden und umentscheiden können und Entscheidungen stets treffen. Aber wie sie dann tatsächlich ausgehen oder was die Folge davon ist, ist eine ganz andere Frage oder eine ganz andere Praxis, die daraus entsteht. Wie entwickeln sich Menschen wirklich weiter? Bedeutet oft, dass sie erstaunliche Wege und vor allem Umwege gehen, Seltsamkeiten in Kauf nehmen und auch in Kauf nehmen müssen, damit eine Entwicklung tatsächlich möglich ist, damit sie einfach weiterleben können, doch relativ gesund bleiben und nicht ständig Leid schaffen und sich vor allem selber Leid schaffen, noch dazukommen zu dem Leid, das ja ohnehin ja schon vorhanden ist in unserem Leben. Das ist immer wieder die Herausforderung. Wie geht es wirklich weiter, wenn nichts mehr geht, wenn ich alles Mögliche ausgelotet habe, wenn ich meine Ideale verloren habe, meine Idealisierung verloren habe, meine Orientierung, Plan A, Plan B, Plan C, alle nicht funktionieren, was passiert dann? Und das Trostreiche ist hier in der Botschaft, es passiert tatsächlich etwas, aber etwas ganz anderes, als du je für möglich gehalten hättest, als je deine Fantasie überhaupt hatte konstruieren können und er hätte konstruieren können. Es geschieht etwas anderes und das ist erstaunlich. Es geht also doch noch etwas. Ich passe mich doch noch an auf eine Art und Weise, die ich niemals für möglich gehalten hätte, die niemals in meiner Betrachtung war. Wie gesagt, nicht in der kühnsten Fantasie oder in dem nüchternsten und realistischsten Plan und meinen Vorstellungen, die ich darüber hatte. Plötzlich passiert etwas ganz anderes, aber entscheidend ist, ich habe mich auf den Weg gemacht. Ich bin mir bewusst darüber, dass Veränderung wichtig ist, dass ich jetzt, was weiß ich, eine Pause brauche, dass ich jetzt mal ein paar andere Länder brauche, eine andere Kultur brauche, andere Menschen um mich herum brauche, was auch immer das ist, eine neue Lebenserfahrung. Und in der ich dann bemerke, was es so alles gibt in der Welt und das lasse ich in mich reinfließen. Und schon verändern sich meine Pläne, meine Vorstellungen davon, wie sich etwas zu ändern hätte oder wie ich mich zu entwickeln hätte oder wie ich mich eben daraus resultierend anpassen muss oder anpassen kann. Das ist das Erstaunliche, dass wir das oft gar nicht wissen, dass wir es auch noch gar nicht können und dass wir es auch nicht kennen können müssen, dass wir es überhaupt nicht in dem Sinne, nur in unserem Sinne und in unserem persönlichsten Sinne optimieren können. Diese Vorstellung haben wir oft. Das ist eine Augenbischerei, die sich Menschen da machen oder die sie oft gemacht bekommen, noch viel mehr gemacht bekommen, von der Außenwelt, die ihnen stets und ständig suggeriert, das ist möglich, alles ist möglich, du kannst es so tun, so tun. Und dann gibt es Konzepte und Rezepte und all das. Und das ist per se ja einfach nur dieses Potenzial der möglichen Veränderung, die aber nicht so sein muss oder die meistens gar nicht so sein wird, weil etwas ganz anderes unvorhersehbar und unvorhersehbarerweise geschieht. Das ist das Interessante an unserem menschlichen Leben. Und wenn man dann in der Retrospektive, und da bleibt nur die Retrospektive, also das Überschauen, was ist denn passiert, was habe ich denn in meinem Gedächtnis von meiner Lebensentwicklung, wenn ich das dann überschaue und auch immer wieder überschauen kann und mich dann und wann damit beschäftige, dann bemerke ich, etwas ist tatsächlich geschehen, aber etwas erstaunlich anderes, als ich mir vorgestellt habe vormals oder als sich andere Menschen mir gegenüber vorgestellt haben, die mir dann als Lehrer sagten oder als Eltern sagten oder wichtige Bezugspersonen, ja, das musst du tun und so musst du dich entwickeln. Und da geht es lang und all das. Und das haben wir oft in unserem Leben, dass wir eine relative Orientierungslosigkeit haben oder mal eine Periode, wo wir überhaupt nicht mehr wissen, was los ist und dann ist Upside Down der Fall und dann suchen wir uns Hilfe und dann gibt es eben die berühmten Ratschläge und es ist ja okay, dass es die gibt. Aber all das trägt nur dazu bei, dass du dir tatsächlich über deine Entwicklung immer wieder im Klaren wirst und es bemerkst und dann eben diesen Weg gehst, jenen Weg gehst, dich für etwas entscheidest, aber erstaunlicherweise daraus dann geradezu ein Lebendigkeitspotenzial entsteht, wo man es dann doch ganz anders geschafft hat und ganz anders gemacht hat, als man sich es vorgestellt oder andere Leute oder Konzepte vorgestellt haben oder Orientierung, ethische, philosophische, spirituelle Orientierung, die es suggeriert haben. Das ist interessant und das ist eigentlich etwas sehr Schönes im Leben. Das ist etwas Überraschendes. Das ist ein unheimliches Potenzial, das geradezu im Verborgenen liegt, das wir nicht vollkommen planen und erstreben können und zielführend, zielfest machen können, sondern etwas, das geschieht aus dem Gesamtpotenzial des Lebens, was auch immer und wer auch immer daran beteiligt ist. Das wissen wir nicht. Das ist interessant und das erhebt uns von unserer Einseitigkeit, des Egozentrischen, des nur Individuellen und ich mache es und ich bin es und ich tue und ich mache was auch immer in der Form. Das ist wirklich interessant. Und insofern diese Frage, wie entwickeln sich denn Menschen wirklich weiter? Niemals in den Vorstellungskonzepten, niemals in der Verschultheit, niemals in ihrer Karrierelaufbahn im Beruf oder in irgendwelchen anderen Vorstellungen, sondern durch das Leben selbst. Plötzlich geschieht etwas unerwartet, positiv, negativ, negativ, positiv und das ist eine wilde Mischung, wenn man es so benennen mag, als aus Positiven und Negativen und daraus entwickelst du dich. In erstaunlichen Potenzialen, die möglich sind. Eben nur mit der Bewusstheit, ja, diese Entwicklung gibt es. Diese Entwicklung findet statt und ich kann sie, wie gesagt, oft erst in der Retrospektive begreifen, also im Nachhinein tatsächlich dann überschauen. Deswegen sind wir so starke Gedächtniswesen, weil wir das, was uns im Leben begegnet ist, immer wieder abstimmen können. Immer wieder neu durchdenken oder im Gedächtnis haben. Und es entsteht von Gedächtnis zu Gedächtnissprung immer wieder etwas anderes und eine Klarheit. Deswegen haben wir diese Gelegenheit, als historische Wesen, wie ja jeder von uns ist, du bist ein historisches Wesen, ich bin ein historisches Wesen, in der Geschichte hin und her zu fahren und sich ab und zu mal Gedanken darüber zu machen oder im Gedächtnis eben etwas präsent zu haben. Und plötzlich kommt man wieder zu anderen Einstellungen, zu anderen Klarheiten. Wir könnten das Leben gar nicht in der vollen Fülle auch einer Gegenwartsbezogenheit, eines Hier und Jetzt schöpfen. Wir wären vollkommen hilflos in diesem Hier und Jetzt. Darüber muss man sich auch immer wieder im Klaren sein. Und das wird meines Erachtens zu wenig deklariert. Also zu sagen, wenn es immer wieder so profan heißt und so pauschal heißt, ja, lebe nur um Hier und Jetzt. Wenn du nur um Hier und Jetzt lest, hast du ganz schlechte Karten im Leben. Sondern du brauchst eben die Retrospektive eines Begreifens, eines Erkennens, einer Übersicht und einer Simulation des immer wieder Entstehenden auch, was in der Vergangenheit vorhanden war. Und das heißt ja nicht, dass man vergangenheitsorientiert ist, nur retroorientiert ist, sondern das ist ein großes Potenzial, das wir haben, damit wir überhaupt in der Lage sind, in einem Hier und Jetzt zu leben. Damit wir überhaupt in dieser Hedonie, in dem Hedonismus des Gegenwärtigen geborgen sein können geradezu. Das ist wichtig. Und insofern sich ganz klar auch immer wieder die Frage zu stellen, was passiert jetzt wirklich in meinem Leben, in der Realität, in dem berühmten Realitätscheck, den wir immer mal wieder brauchen. Was ist denn möglich hier? Und dann passe ich mich an. Und wir sind als Menschen immer wieder in der erstaunlichen Lage, uns anzupassen, an alle möglichen Umstände anzupassen. Und mit Dingen umzugehen, von denen wir vormals nie geglaubt hätten, dass wir umgehen können, dass wir einen Umgang haben. Und das ist erstaunlich, ein erstaunliches Potenzial, das in uns liegt als Menschen. Das können wir nicht vollkommen durchschauen. Das können wir nicht vollkommen klar haben zunächst mal oder eben als Konzepte haben oder als Planung, als, wie ich sagte, Zielführung haben, sondern das wird sich dann zeigen, was möglich ist. Und das hat oft unterschiedlichste Wege, die man sich vormals gar nicht hätte vorstellen können. Und dann bin ich dahin gekommen und dorthin gekommen. Da hat sich das daraus entwickelt und jenes daraus entwickelt. Aber es war erstaunlich, in dem Sinne auch befreiend, als ganz neues Potenzial und ganz neue Befindlichkeiten, die daraus entstanden sind. Also sich mit dem Thema mal ab und zu auseinanderzusetzen, sich darüber im Klaren zu sein, was passiert denn wirklich in meinem entwickelbaren Leben oder in meiner entwickelbaren Persönlichkeit oder in all den Umständen ist sehr interessant, weil das Leben kommt wie immer dazwischen. Wie gesagt, denke an den Spruch, der Mensch denkt, Gott lenkt, aber denken müssen wir. Und das ist sehr wichtig, dass wir das können. Und diese Orientierung brauchen wir, auch die dazugehörenden Ideale, die Möglichkeiten, die Potenziale, die Vorgestellten. Aber es wird sich dann in der Realität zeigen, was sich verwirklicht und was sich eben nicht verwirklicht. Und verwirklichen tut sich immer etwas. Wir passen uns immer an. Wir haben immer eine, jetzt mal tiefenpsychologisch gesehen, auch eine Abwehr, die passiert. Wenn etwas nicht funktioniert und auch zum wiederholten Male nicht funktioniert, dann geschieht immer etwas. Dann haben wir eine, jetzt tiefenpsychologisch gesehen, tatsächlich eine Abwehr, die entsteht. Abwehr gegenüber den Idealen, den Ansprüchen auf der einen Seite, den Forderungen auf der anderen Seite, unseren Bedürfnissen. Also dem, was wir wirklich brauchen. Und da entsteht dann immer wieder die Realität und die Realitätsbewältigung. Wie entwickeln sich Menschen wirklich weiter? Wenn nichts mehr geht, geht doch etwas.